Wir diskutieren im Laufe des Tages die Chancen und Potenziale von ERP-Systemen. Wie wichtig ist das ERP-System für Ihren Betrieb? Ja, das ERP-System ist natürlich der Hauptbestandteil der IT im Unternehmen. Und ohne diesen ERP-System könnten wir, wie gesagt, nicht überleben. Das hat sich auch herausgestellt, dass die Wahl des ERP-Systems das Richtige war. Wie wichtig ist denn der Umsetzungspartner dabei? Der Umsetzungspartner spielt eine große Rolle bei der Einführung. Im laufenden Betrieb nimmt man naturgemäß die Bedeutung des Umsetzungspartners ab, zumal wir ein sehr dynamisches Unternehmen sind und versuchen Prozesse auch intern schnell ändern zu können. Also die Bedeutung des Partners nimmt ab, wenn er seinen Job gut macht? Richtig. Und sie nimmt noch schneller ab, wenn er den Job schlecht macht. Darf ich Sie fragen, mit wem Sie so zu vielen Stellen zusammengearbeitet haben? Wir haben also eine sehr detaillierte Bewertung diverser Anbieter gemacht. Und der klare Sieger war die Immigranten. Wie gefällt Ihnen der ERP-Infotrag? Ich bin überrascht über die Meinungsvielfalt und die Diskussionsbeiträge. Besonders gut hat mir gefallen der letzte Veranstaltungsteil, wo die Hersteller befragt werden konnten und wo es zu einer sehr regen Diskussion gekommen ist. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!